Das werde ich nicht tun. Ich finde es schön, dass da mitten auf einer Insel können Barbaren über Wasser? Nee. Auf dieser winzigen Insel stehen Pferde. Also Barbarenreiter. Das ist doch auch irgendwie... Was? So, der Film ist jetzt offline gegangen. Damit er mal wieder scheißen kann. Wie gesagt, auch nichts mehr. Komplexes Spiel. Da muss man sich konzentrieren. Willst du nicht auch mal Europon Versailles 4 kaufen? Dann machen wir mal Multiplay. Ja, dann nehme ich aber ein ganz großes Land. Dann werde ich wahrscheinlich trotzdem verlieren. Wahrscheinlich, ja. Weil ich keinen Plan habe. Was ist das denn? Wo hast du Delfino kennengelernt? Elitepartner.de Was? Nein. Im Internet. Da, wo man normale Menschen hat, einfach kennenlernt. Ich habe einfach nach ManputHorstilDenisS gesucht und habe ihn gefunden. Wir haben uns im Chat getroffen. Von der Seite. Ich glaube, wir haben uns bei War das D-Send? Ne, das war nicht. Das war Wow. Ja doch. D-Send war das. Stimmt, Warson habe ich erst später gespielt. Ne. Du hast erst Warson gespielt, dann D-Send. Echt? Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Das müsste ich jetzt nachschauen. Aber irgendwie hatte ich mir ja D-Send gewünscht. Weißt du das? Ja. Schon damals war alles, was du dir gewünscht hast. Scheiße. Habe ich Warson zuerst gespielt? Tatsächlich. Danach kommt man in Konga und dann D-Send. Verrückt. Habe ich mir irgendwie D-Send gewünscht und dann wollte ich mal einen Multiplayer machen mit dir. Hast du zugestimmt? Ja. Dann war man hier aufgenommen, D-Send. Haben wir das nicht aufgenommen? Nee, weil das nicht so spannend war, hast du gemeint. War es ja auch nicht. Dann haben wir nachher was anderes im Multiplayer probiert. Haben wir ja nicht N64-Spiel gespielt und die haben alle wunderbar geruckelt oder so? Ja, die haben aber mit Warcraft 3 angefangen. Ja, das weiß ich noch. Das hat auch nur so Bedingtum zu tun. Richtig, da konnte ich keine Türme direkt in deinen Weg bauen. Das war voll kacke. Warcraft 3, Swine, Social for Two. Oh ja, Social for Two mit dem tollen Fail-Video. Mario Party 1, 2, Gold Eye, San Francisco Raps, Super Smash Brothers, Mario Golf, oh Gott, Knife Edge, Siedler 4, Tanks, Empire at War, Afrikaans, Supreme Commander, Frank Nomads, Karkazon, Warzone 2100, diese komische Motta, die nie fertig wird. Aquanox 1, Halo 1, ja, stimmt, wir haben Halo 1 vorgespielt. Cossacks, Turok 2, Crowdscape, Codex of Victory, am Nachher Zombies, Warzone 2100, Shellshock, Simple Chess. Und dann natürlich noch diese ganzen grauenhaften Dugges. Jetzt laufen die überall mit so nahe rum. Ja. So, hier ist mal wieder was fertig geworden. Wir haben schon einiges gespielt. Was? Wir haben schon einiges gespielt. Ja. Das ist das staunliche Scheiße, wir schon haben. Raven Squad weiß ich auch noch. Das war auch ganz... ...experit. Ja, das war lustig. Da hatte ich keine Videos mehr, ich weiß noch. Ja, genau. Doom haben wir auch gespielt. Was? Doom. Ah, stimmt. Ich habe jetzt Doom verstanden. Nee, Doom nicht. Ich denke mir schon, wir haben doch gar nicht Doom gespielt. Was haben wir das denn? Das ist laupersturi. So, ich würde sagen, ich baue jetzt erst mal eine Universität. Mal hier Bildung ins Spiel bringen, ne? Bei Run haben wir doch irgendwie 10 Level übersprungen, weil da mal einer reingekommen ist, der alles konnte. Wir sind irgendwann auch noch einfach durchgelaufen, weil sie da einfach ging. Ja. Es war gar nicht mal so gut, das Spiel. Gar nicht mal so gut. Ah, jetzt kann ich auch Bagdad sehen. Sehr gut. Ich sehe Bagdad. Bagdad. So. Ich brauche mehr Einheiten langsam. Was? Bessere Einheiten, glaube ich, brauche ich langsam. Ich habe schon mal auf Pekiniere alles aufgerüstet. Wie du das meinst. Die Pekiniere haben das leichtere Probleme. Oh, meine Pekiniere ist eben befördert. Ich habe hier Schwertkämpfer und die verlieren gerade gegen Barbaren. Was ich Barbaren greife irgendwie nur noch mit meinen Bogenschützen an. Das liegt auch an meiner Unzufriedenheit, sehe ich gerade. Oh. Hast du wieder welche? Ja. Auf dem Belände. Auf dem Belände. Das überlebe ich nicht. So ein Dreck. Ein dummer. Brauchst du mal Tempel. Erstmal weglaufen. Ich brauche mehr Zufriedenheit. Meine vier Städte verressen meine Beliebenheit. Warum kommst du damit schon mit Pekinieren angelaufen? Nein. Wieder schon die ganze Zeit. Ja, ja. Ich habe auch Pekiniere. Das ist nichts Besonderes. Ich habe auch Katapulte und eine Stadtmauer. Äh. Ich habe eine Stadtmauer und Bogenschützen. Ich habe, ich könnte auch bloß. Was? Verbündete Handelswege geplündert? Oh, das ist doch einfach nicht wahr. Verdammt ein Pissl, diese Dummen. Lass die uns alle hinrichten. So. Ich gehe jetzt mal England suchen. Wenn, da ist eine Straße, die können die Stadtruinen. Kann man Stadtruinen mit Straße plündern? Gute Frage. Nächste Frage. Der hat sich halt biert. Ja, klar. Das war auch einer, der wahrscheinlich gedacht hat, oh, das sind irgendwelche tollen englischen Streamer und dann waren es eine dumme Deutsche. Oh, mein Gott. Wir spielen doch nicht mehr PvP. Also, naja. Nein. Das hier PvP. Zurzeit spielen wir miteinander, mehr oder weniger. Ja, aber auch nur, weil ich mir irgendwie eine Mini leisten kann. Also, ich kann auch einen Gegner angreifen. Achso, da kommt so ein dummes Schiff angefahren. Und tschüss, Schiff. Wird mit Stein beworfen und geht nicht unter. Ja, passt nochmal. Auf dem Wasser können keine Barbarendörfer sein, oder? Ich kann die Straße nicht plündern, oder? Kann ich, nein. Nein, auf dem Wasser geht das nicht. Bei Barbarendorf, auf dem Wasser. Hätte doch viel Schönes. Hallo, meine Freunde. Ich darf euch mal ab. Dann muss ich eine nächste Runde machen. Ich muss auch mal Maschinen machen. Du machst auch Maschinen? So wirst du bitte mal den Schiff beenden. Du bist doch gar nicht Deutschland. Was? Du bist doch gar nicht Deutschland. Ja, hab ich auch gar nicht behauptet. Du hast die Nationalhymne gerade gesungen. Niederlande ist auch Teil von Deutschland. Die wissen es nur noch nicht. Das ist wie Danzig. Oder Königsberg. Oder Elsass-Lodringen. Oder Polen. Natürlich müssen die noch ein... Du Arschgesichter. Ihr Dummen, geht sterben. Oh nein, die haben wir nicht zerstört. Doch nicht. Die müssen schon wieder die Scheiße reparieren. Das ist doch nicht wahr. Oh, die haben da keine Linie. So, gehen wir mal England suchen. Ich suche England. Die ehleiligen Teesäure. Das ist doch schon wieder dieses Kackschiff. Tschüss, du Kackschiff. Dummes Kackschiff. So, Karawane. Oh, wow. Oh, Produktion pro Runde. Große Zivilisationen. Nach Lyon. Oh, das wäre natürlich auch... Hm. Oh. Hm. Eure Einnahmen. Hm. Hm. Beschiedene Ressourcen. 0,5. An einem Fluss. Hm. Hm. Ich könnte auch eine Karawane nach Lodz schicken, aber das lohnt sich ja gar nicht. Aber nach Paris. Ja. Nach Lodz? Ja. Mach mal. Ich mach mal nach Paris. Hm. Jetzt soll ich eine Straße nach Paris bauen? Da ging das Ganze schneller. Hm. So, Persien lasse ich mal mit ihren Barbarenproblemen alleine. Die Platten da schon. Die kriegen da schon alle hin. Nein, bekommen sie nicht. Die sind völlig unfähig. Hm. 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 Verbreitet sich meine Religion eigentlich? Ich könnte auch mal. Kann man nicht auch irgendwie so ein Missionar bauen? Ich muss ja mal gucken, wie das geht. Ich muss ja mal gucken, ob das geht. Könnte ich mal ein bisschen missionieren. Das war ja schon toll. Dann mach ich den Religionssieg. Kann man den Religionssieg machen? Ich mach ihn trotzdem. Unabhängig davon, ob er geht oder nicht. Ich kann kein Missionar auf jeden Fall bauen. Vielleicht in meiner Hauptstadt? Nein. 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 Nein, nein, nein. Geht nicht. Hm. Missionar. Kann nur mit Glauben gekauft werden. Hm. Direkt näher an der Stadt kann ich dort seine Region vorbereiten. Hm. Ein bisschen ohne Offenung hin. Für Leder pro Runde. Die ist stärkisch. Hm. Jetzt soll ich mal kosten. 600. Ach du Scheiße. Die hab ich gar nicht. Ich hab 87. Plus 3 jede Runde. Wow. Puh. Hm. Ach toll. Die sind überall Barbaren schon hier. Wobei das sind ja... Ja. Das sind ja irgendwie... ...ganz, ganz billig hier. Da ist die Runde doch schon wieder zu Ende. Da muss gleich irgendwo England sein. Hm. 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 Da kriegst du immer noch deine Barbaren. Hm. Da tauchen ja mal wieder neue auf. Ah. Da erklärt einiges. Diplomatie ist freundlich. Ziemlich. Ziemlich ja toll. Südemann begehrt Ländereien. Ja. Der kann mich mal. Der kann mich mal. Ja. Da, 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 da... Ich habe vorhin noch eine große Händler erstellt, habe ich das? Ja, hast du vorhin noch gesagt. Kann der sonst noch irgendwas, dieser Typ? Nein. Kann handeln. Das reicht doch. Stadtstaat. Bratislava. Gut, dann gehst du mal nach Bratislava. Bratislava, Alter. Ich setze mal fest. Und ich betrete England und bin direkt neben ein Barbanenlager. Wie denn auch sonst. Wäre sonst langweilig, ne? Naja. Aber da waren noch irgendwelche Typen, welche waren denn da? Was waren das jetzt für welche? Osmanen, die sind auch schon da. Die verdammten Osmanen, ne? Ah, das Barbanenlager ist leer, okay. Ich muss diese Osmanen wirklich mal, ne? Jetzt wo ich plus 12 Gold mache, ne? Mmm. Mmm. Untertitelung des ZDF, 2020